Das beste SC Freiburg Ultimate Team ever. Im Tor steht der Man of the Match von Alexander Schwolo aus FIFA 20, auf dem Rechtsverteidiger die 93er Level-Up-Karte aus FIFA 23 von Kilian Zediglia, der Kapitän auf dem Linksverteidiger Christian Günther mit seiner FIFA 22 Foot-Captain-Karte, in der Innenverteidigung der Tots von Nico Schlotterbeck aus FIFA 22 und der FIFA 23 in Form von Matthias Ginter. Auf der 6 gab es nicht viel Auswahl. Hier haben wir einmal den FIFA 21 in Form von Batiste Santa Maria und eine Premiere in dieser Serie, die erste Frau, die es in ein Team geschafft hat, Janina Minge mit ihrer 85er EAFC-Squad-Foundation-Karte. Im linken Mittelfeld die FIFA 23 Out-of-Position-Karte von Daniel Kofi-Kiré, im rechten Mittelfeld Richu Doan mit seiner Totti Honorable-Menschen-Karte aus FIFA 23, auf der 10 haben wir den 92er Tots von Vincenzo Grifo, ebenfalls aus FIFA 23 und vorne drin der 94er Tots aus FIFA 18 von Nils Petersen.